My house, my house, take a trip to my house Ah, verdammt mein Schädel Passe Wo bin ich denn hier gelandet? Mitten auf der Straße? Noch das Wrack von einem Fahrzeug Oh, mir qualmt die Birne, was ist denn eigentlich passiert? Ich kann mich be... Leute? Wer ist denn da hinten? Ich kann mich bloß noch daran erinnern, dass ich mit meiner Gruppe irgendwie zu einer Demo wollte, weil die schon wieder irgendwas abholzen wollten. Und... Ja stimmt, der Wagen, irgendwas hat den Wagen gerammt. Das ist jedenfalls nicht unser Fahrzeug und ich habe keine Ahnung, wer da hinten läuft. Und ich habe wenigstens noch ein Messer dabei. Eine leere Trinkdose. Toll, ich habe nichts mehr außer einem Hemd. Wenigstens scheint die Sonne ist es nicht so kalt. Ist ja im Auto manchmal irgendwas. Wenigstens eine Erste-Hilfe-Käste. Was haben wir hier? Eine Gaskanne. Ein Repair-Kit. Und eine Kerzenständer. Nehmen wir... Was haben wir hier noch? Lepidrosen. Was hat man gerade? Was haben wir hier? Eh... Weißt du was zu essen? Das kann ich gut gebrauchen, dass wir nicht mehr mal in die erste Liste miträumt. Kack das. Au! Ah, den sollte ich natürlich nicht bewahren. Mal erst mal was essen hier. Ja... Kann ich das... Kurze Frage an dieser Stelle. Wie esse ich eine Dose? Echt, Kleck! Ok. So, zumindest ist erstmal der Hohen gestillt. Und jetzt... Da hinten läuft doch wer, weil was... Moment. Ich hatte aber erst hier eine Zeitung gesehen. Ach stimmt ja. Das habe ich in den Nachrichten noch gesehen. Irgendwas war mit einem neuen Virus, der ausgebrochen sein soll. Vielleicht kann mir der Typ dann weiterhelfen. Vorher noch schnell die... Pestlichen. Wenn ich jetzt irgendwas hier mitnehme. Am... 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 Das ist das ein verdorter... Alter... Busch. Geh doch gar nicht. Fugt gibt's hier. So. Kann man mitnehmen. So. Was einfach mal mitnehmen. So. So. Hey, sie da hinten. können sie mir manchmal helfen ich habe ich bräuchte mit fahrer gelegenheit oder irgendwas ich meine sie haben auch genau wie es aussieht aber warum laufen sie so komisch der sieht irgendwie das ist ein bisschen wie die gesundheit ich war sie kommt nicht mehr ich habe besser und ich benutze es auch das ist das sind diese komischen zombies oder was das also die haben doch irgendwas in der zeit ich muss mal schnell zurückkehren bevor die johannes angetan kommt das steht hier nach meiner zeit und genau der virus und ich war schon so lange keine nachricht mehr guckt handelt das was man aus dem fernsehen kennt es ist echt eine zombie apokalypse ausgebrochen ok also sind hier das war kann ich mache ich verpackt sie sind mir nicht geheuer werden und zerstörbarer kaktus warum nicht gott sind hier vieler scheiße warum sind so viele von denen hier kann ja vor sein dass die mich noch nicht geschnappt haben wo ich unmächtig war kann man denn hier hinten vielleicht finde ich geht es ja irgendwo weiter ein kleines camp das könnte mir helfen ich glaube das war nicht wirklich was aber versuchen ne mach ich noch mein deutsch unnötig kaputt hier einfach mal alles mitnehmen und vielleicht also verdammt schon ausgebrannte autos hier kann man super müssen irgendwas brauchbares position kann man gebrauchen dazu möchte ich aber erst mal eine waffe kann ich schon irgendwas schönes kraft denn vielleicht möchte ich dann eine per square ich möchte irgendwas für gesundheit medizin das bräuchte ich und was ist das davon habe ich noch nix eine bandage habe ich auch noch nicht das geeignete es bringt mal so nix kommen vielleicht ich habe zwar dieses kleine überlebenshandlung mitgenommen aber es sind nur die bildchen abgebildet aber keine ahnung was das sein soll ist natürlich sehr hilfreich zumindest sollte man doch aus dem halt ich habe ich doch was gesehen genau kleinen fiebers was mir auch immer das bringt aber ich habe es einfach weil ich es habe warum nicht gut aus okay so ein bisschen holz machen fünf stehe hier mitten in der savanne ich hoffe die vier kommen hier nicht her es geht ja schon mal ganz gut aber ich muss mir irgendwo bevor ich jetzt hier unterschlupf aufbauen um zu überleben ob gott da kommt ein dicker komm her ich habe messer was was du siehst nämlich nicht gesund aus voll um okay der ist Taff, aber mein Mann ist auch Taffer! Igitt, ey, hat denn Tiernahrung in seinem Magen. Der weiß, was der gefressen hat. Ich will es gar nicht wissen. Euer Gatt, ey. Das ist so weit schon... Oh Gott, da kommen immer mehr. Wie viel sind denn von denen hier? Hört mich irgendjemand? Hilfe! Verdammt! Hier sind noch ein paar Müllsäcke. Vielleicht doch mal wenigstens eine kleine Waffe, irgendwas. Ich krieg auch schon langsam Hunger, also... Ja, Hase, 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 komm her! Hase! Oh Gott, nee. Zombie? Okay, kein Hase. Verdammt. Hier noch schnell durchsuchen. Was haben wir hier? Fehler! Na, da kommt vielleicht auch was draus machen. Uh! Was? Eine Hütte! Eine Hütte! Eine Hütte! 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 so wird man hier ein erledigt kommt die ganze kompanie angelatscht noch alle infiziert mit dem virus ich frag mich wie das passieren konnte die haben doch versteckt und geforscht und ich bin so gut wie tot wird gut mehr gut verdammt irgendwas hat mich in den rücken gestochen jetzt bin ich schon wieder irgendwo anders was passiert hier dauernd das ist doch scheiße aber egal ich habe wenigstens noch meine blaubeeren dann ist die große häuser vielleicht endlich eine stadt oder so was erstmal kurz ein paar blaubeeren essen mich richtig junger und das dämliche ist jedes mal wenn ich auf mysteriöse weise das gebiet wechsel ist auch mein rucksack weg das heißt alles was so lange mein inventar hier unten noch nicht voll ist erstmal alles da reinpackt sicherheitshalber keine ahnung wie oft ich hier noch mich rum teleportiere ja okay langsam käme und hübsch dich will ich haben der jäger muss sich ganz leicht langsam an die berühmte rand pürschen verdammt hat sich gesehen vergisst es dem holen bogen kriegt ich den eh nicht da im auto irgendwas dahinter sehe ich schon wieder die ersten von dem rad cover zwei stück sogar und materialien aus dem wieder so ein dicker aufrecht zu mehr reicht's mit euch schön aufs gesicht ziehen und gar nicht erst zum schlag kommen lassen ähnlichen fischer meine güte nichts dabei frauchen kommt auch frauchen kriegt dasselbe warum kriechen den drei raus hier kann man vielleicht die tür hier irgendwie ja du auch krankenschwester okay macht die ist die tür kaputt das soll es gut aus vielleicht irgendwas jedenfalls am haus bin ich schon bin ich nicht sicher da sind genauso viele das ist schon mal hier her klappt sicher jemand mit den zombies drin oder haut die die dings kaputt das ist schon mal hier was ist denn hier los was ist denn hier los wenn ich sehen könnte was da drin los ist irgendwer schlägt da keine ahnung keine ahnung ach gibt es jetzt eine koala hier auch schon ich mag keine koala kaputt 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 ja und größte jogg kaputt Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Wo kommst denn du jetzt? Wer bist denn du? Ich bin auf der Suche nach meinem Freund. Ich dachte, du wärst mein Freund. Äh, bedauere? Nein. Ich... keine Ahnung, weil... Warum sind hier so viele von diesen Infizierten? Ich hab Lust, was in den Nachrichten gehört, dass hier so ein Virus mit umgeht, aber ich hab keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Keine Ahnung. Aber schön wenigstens so jemanden gefunden haben, der nicht infiziert ist. Weißt du manchmal, ob dein Freund doch auf der Suche nach dir ist? Ich weiß noch nicht mal, ob er lebt. Oh. Naja, zumindest ist es ja schon mal schön, dass wir uns gefunden haben. Jetzt sollte man nur schauen, bevor es nämlich Nacht wird, dass man vielleicht schauen, in einster Häuser hier irgendwie reinzukommen. Ich hab nämlich... Das eins, das linke hier, das große hier vorne, da hab ich schon geguckt, da sind auch sehr viele Infizierte drin, also das können wir vergessen. Na, da oben hängt auch schon einer am Fenster, verdammt. Die sind echt wie überall, die scheiß Dinger. Na los, komm runter, du kriegst ein Messer ans Gericht. Ach, traust du dich nicht? Mach ich nicht. Kann man die Tür vielleicht aufreißen? Mach die Tür jetzt kaputt. Bisx! Bleib! Es ist fast kaputt. Weiter, 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 weiter. Ach, das ist einfach gut. Oh, der hat einen Schlag drauf, verdammt. Ich glaube, das stimmt auch Boxer. Ich glaube, selbst hier in der Stadt ist man nicht sicher. Was ist denn los? Was sagt man dazu? Die erste Überlebende habe ich schon gefunden, aber ich habe noch wirklich keinen Plan, was hier eigentlich in der Welt passiert. Aber falls ihr wissen wollt, wie das Abenteuer weitergeht, lasst es uns durch einen Daumen rauf wissen. Bis dann!